Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag an die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Beziehungsweise hattet einen schönen, angenehmen Tag. Momentan traden wir bei ungefähr 39.000 US-Dollar. Ich bin wieder back, um es mal sozusagen die letzten zwei Tage ein bisschen erholt. Krankheit hat mich ein bisschen flachgelegt, sage ich jetzt mal ein bisschen. Heute Abend, 19 Uhr, trotzdem Livestream, ich freue mich drauf. Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Am besten lasst dem Video auf jeden Fall schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann heute Abend, 19 Uhr, wie in aller Frische, sage ich mal, jeden Donnerstag Livestream. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir gleich mit der Chart-Analyse an. Ich gehe mal hier in den 4-Stunden-Chart. Ich habe es vergessen, noch umzuändern. So, jetzt aber. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir traden momentan bei ungefähr 39.000 US-Dollar. Wir sind hier weiterhin um das Golden Pocket. Wir hatten jetzt in der letzten Stunde, oder in dieser Stunde besser gesagt, einen krassen Wig nach oben gehabt innerhalb von Minuten. Hoch auf die 40.300 US-Dollar und sofort wieder abverkauft worden, bis wir einen Wig runter in den Bereich von 38.400 US-Dollar haben. Also, ich bin momentan noch in einem neuen Trade drin. Den habe ich aber auch bei 39.2, also in dem Golden Pocket, aufgemacht. Habe ich vorhin auch in der Telegram-Gruppe gepostet. Ansonsten, den größten Teil oder die meisten Trades, die wir jetzt in den letzten Tagen, war ich ja relativ aktiv in Telegram, haben wir auch diesen Swing-Trade hier mitgenommen, bis hier hoch. Habe den dann gestern noch zugemacht, den Litecoin-Trade, den Ethereum-Trade, alles zugemacht. Und wie gesagt, jetzt erstmal einen neuen Bitcoin-Trade aufgemacht, einfach mal um zu gucken, wie sind die Zeiten momentan. Ich bin weiterhin dafür, dass wir jetzt erstmal doch wieder ein kleines Retracement nach oben hingehen. Was ich auch schon gehört habe, oh, wir haben jetzt hier wieder einen Bart-Simpson-Pattern hier drüben hatten. Es gibt keinen Bart-Simpson-Pattern. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, es ist der größte Unfug, den es überhaupt gibt. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, danach braucht ihr nicht traden. Also, wenn ihr hier mit Bart-Simpson-Patterns anfangt, lasst es am besten gleich sein. Ansonsten, wir können mal gerne in den 1-Stunden-Chart gehen, damit ihr seht, was ich meine. Wir hatten diesen krassen Wig hier gestern am 9. März frühmorgens, wo wir dann nach oben gepumpt sind. Das heißt, wir hatten wieder ein Void gebildet. In diesen Zonen ist keine Liquidität. Der Pump war so schnell, dass da drüben nicht mal mehr Konsolidierungsphasen waren. Also nicht mal so eine Bull-Flag oder sowas. Dann hatten wir diese Konsolidierungsphase hier oben. Sind dann nach unten hin durchgebrochen. Die Support-Zone, diese kleinen 30-Minuten-Demand-Zonen können wir gleich mal rausmachen. Und haben nicht gehalten. Weder der Retest hier auf unseren Monats-Pivot noch das 0-2-3-6er haben gehalten. Deswegen ging es dann relativ flott nach unten. War absehbar. Und dann neues Fibonacci-Level gezogen. Von unserem High, also von unserer Korrektur, bis hier hoch. Und jetzt sind wir momentan genau wieder an unserem Golden Pocket. Also an einem neuen Golden Pocket. Hier oben war das alte. Da haben wir den Trade zugemacht, beziehungsweise die größten Profite rausgenommen. Und dann war erstmal Schicht im Schacht, nachdem kein Volumen mehr reinkam. Der RSI absolut überhitzt war. Habe ich dann gesagt, okay, ich mache die Trades zu. War die gute Entscheidung. Wie gesagt, so, wie geht es jetzt erstmal weiter? Oder was können wir uns die nächsten Stunden gefasst machen? Also momentan, ihr seht, die Volatilität ist krass. Wir haben auch gutes Abverkaufsvolumen jetzt in dieser 4-Stunden-Candle. Wichtig wäre jetzt für mich erstmal, dass diese 4-Stunden-Candle auf jeden Fall grün schließt. Wenn es geht, im Golden Pocket besser wäre natürlich da drüber, um dann vielleicht einen Reversal nach oben hinzukriegen. Was interessant war gestern, hier war das Funding noch absolut negativ. Das heißt, wir hatten viel, viel mehr Shorts als Longs. Sobald wir hier oben im Golden Pocket waren, wo ich schon mal gewarnt habe, okay, Leute, passt auf, wir kommen hier anscheinend nachhaltig drüber, weil hier auch noch eine 4-Stunden-Supply-Zone war. Also eine Widerstandszone. Habe ich gesagt, nee, die Situation gefällt mir nicht, deswegen auch dann die Trades vorm Pennen gehen, sage ich mal, zugemacht. War es absehbar okay, wir kriegen einen Reversal. Funding war wieder absolut positiv, ganz schnell, jetzt ist es momentan wieder negativ. Hat für mich jetzt die Bedeutung eher, wir haben jetzt hier versucht nochmal Shorts zu racken. Also die ganzen Shorts nochmal zu liquidieren, da vielleicht wahrscheinlich hier viele reingegangen sind. Und jetzt nochmal komplett ein Reset zu machen auf 0. Und jetzt möglicherweise die nächsten Stunden vielleicht erstmal hier wieder langsam nach oben hin zu steigen. Und dann wird es natürlich interessant, kriegen wir dieses High auf jeden Fall raus. Wir haben übergeordnet weiterhin kein Lower Low. Das ist schon mal eher, ich sage, Bullish. Wir haben dieses Low hier drüben bei ungefähr knapp 37.000 nicht unterschritten. Wir haben kurz vorher bei 37.000 einen Stopp gemacht. Jetzt wieder ein höheres Hoch, ein höheres Tief wäre auf jeden Fall erstmal Bullish. Aber wir dürfen die Situation jetzt nicht zu Bullish sehen, weiterhin neutral, übergeordnet. Benjamin hat es vorhin schon in der Gruppe gesagt oder heute Morgen, wir sind weiterhin seitwärts. Das ist das, was momentan zählt. Solange wir die 45.000 US-Dollar nicht nachhaltig knacken, sind wir seitwärts. Tiefer werden wir dann heute Abend nochmal einen Livestream drauf eingehen, auch auf eure Chartanalysen. Gut, dann schauen wir uns Ethereum an. Ethereum, relativ gleiches Bild. Auch hier mal FIP-Level gezogen, beziehungsweise das war das alte, das kann man eigentlich rausnehmen. Hier hatten wir auch gestern diesen Pump, klar, auch wenig Volumen vor allem. Also im Gegensatz zu Bitcoin, absolut kein Volumen hier drin. Wir hatten jetzt auch hier diese krasse Candle, 4 Stunden E-Mail-Ribbons rejected worden. Auch hier können wir uns jetzt erstmal kurz das FIP-Level ziehen, was jetzt aktuell gilt. Und da können wir auch sehen, okay, wir halten uns hier über dem kleinen Golden Pocket erstmal Bullish. Solange die Candle dann vielleicht noch grün schließt, müssen wir jetzt mal abwarten. Ein Verkaufsvolumen kam auf jeden Fall ordentlich rein, aber würde ich jetzt nicht zu überbewerten erstmal. Wir müssen jetzt einfach aufpassen. Die Nerven sind sowieso angespannt, was ich schon wieder in den Gruppen mitkriege. Zwecks Bart-Simpson-Pattern, Marktmanipulation und was weiß ich. Gebt da einfach nichts drauf. Schaut euch den Chart an, dann könnt ihr erkennen, auch hier hatten wir ein Void. Wir sind nach unten gefallen, Void gefüllt, wir sind wieder einfach neutral. Und jetzt könnten wir normalerweise zügig, beziehungsweise mit einem Reversal rechnen. Gut, mehr gibt es bei Ethereum momentan, ehrlich gesagt, auch nicht zu sagen. Ich würde sagen, schauen wir uns noch ein bisschen Altcoins an, vor allem XRP war in den letzten Tagen sehr oft das Gespräch. Deswegen würde ich sagen, starten wir damit ganz kurz durch. Auch hier habe ich gestern gesagt, okay, wir haben jetzt erstmal einen Breakout gesehen. Ich mache mal kurz das FIP-Level weg. Breakout, wenig bis gar kein Volumen. Nicht mal auf dem 1-Stunden-Chart, da habe ich dann gesagt, nee, ich gehe hier in keinen Trade rein. Und das hat auch den Hintergrund gehabt, klar, wir haben auf dem 4-Stunden-Chart RSI bei über 60. Das ist so ein Maximum, wo ich mir erwünschen würde, wenn wir hier am 4-Stunden-200er SMA, und ihr kennt den 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart bei den Altcoins, extrem wichtiger Widerstand bzw. Support. Wir haben es hier nicht nachhaltig drüber geschafft. Wir können auch mal ganz kurz gucken von den Prozenten her. 2% Risk Management, also man hätte auch den 200er SMA hier wieder shorten können. Ansonsten habe ich gesagt, weil jeder, oh ja, wir haben jetzt unseren Retest, ich gehe jetzt long. Habe ich gesagt, nee, ich gehe hier einfach nicht long rein, weil der RSI vor allem auf dem 1-Stunden-Chart bei 80 ist. Und ein 80er RSI möchte ich nicht bei einem Breakout unbedingt haben. Deswegen RSI jetzt auch hier im 4-Stunden-Chart deutlich nach unten korrigiert. Wir sind in unsere Support-Zone gekommen, wo ich gestern schon angesprochen habe, diesen 73er-Bereich, so 73 US-Dollar-Cent bis hier unten, damit dieser ganze Wig auch wieder nach unten hin aufgefüllt wird. Und wir sind jetzt momentan genau in dieser 4-Stunden-Demand-Zone. Wichtig ist, wir haben übergeordnet weiterhin unser Symmetrical Triangle. Chances 50-50 nach oben oder nach unten auszubrechen. Wobei ich weiterhin hier eher bullish eingestimmt bin, weil ich den Markt auch eher nochmal mit einem Pump nach oben hin sehe momentan. Deswegen wäre es jetzt auch hier wichtig, RSI abkühlen, langsam, vor allem langsam nach oben hin zu steigen und dann ein schön impulsives Breakout mit einem Retest, wo der RSI nicht zu hoch ist. Also achtet da bitte drauf. Und dann vielleicht den Monats-Pivot auch nochmal hier schön bestätigen und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Das ist jetzt so momentan der Plan, den ich sehe. Schauen wir uns noch ganz kurz Luna an. Einfach, weil Luna ja auch ein Hype-Coin momentan ist. Wir hatten ein neues, ich glaube, wir hatten ein neues All-Time-Hype. 105 US-Dollar müsste das alte geknackt haben. Falling Vetch habe ich euch auch eingezeichnet. Wir haben leider keinen Retest gesehen, deswegen bin ich hier leider nicht reingegangen. Wer sich getraut hat, herzlichen Glückwunsch. Dicker Support kommt jetzt hier rein bei ungefähr 86 US-Dollar. Sollten wir hier überhaupt runterkommen, momentan geben wir uns die 4-Stunden-Email-Ribbon-Support. Wichtig für einen Abtrend immer wieder anzutesten und den Bounce nach oben hin fortzusetzen. Volumen nimmt langsam ab, aber Luna, wie gesagt, ich würde Luna einfach nicht shorten, eher Long-Breakouts dann traden. Aber für mich die nächste Zone, die interessant wird, ist hier dieser Bereich um 86 US-Dollar. Gut, dann zum Schluss noch ganz kurz News. Kryptoregulierung in den USA bereits diese Woche. Habt ihr ja bestimmt mitbekommen, wurde ja anscheinend schon ein bisschen was geleakt, was gar nicht geleakt werden sollte. Relativ bullish momentan diese News, aber erstmal noch ein bisschen abwarten. Wir hatten ja jetzt auch, vorhin kamen die Inflationsdaten in den USA, 8% oder 7,9%, also auch hier. Relativ heavy. Aber gut, warten wir mal ab. Link werde ich euch später auch in die Telegram-Gruppen posten. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns heute Abend um 19 Uhr. Nicht verpassen, auf meinem YouTube-Kanal. Livestream machen wir uns spannende Stündchen, wie immer. Ansonsten, schönen Nachmittag. Wir hören uns dann heute Abend und wie immer, stay crypto.